So wie beispielsweise Christian Wangard aus Koblenz. Der 19-jährige Kart-Weltmeister des vergangenen Jahres in der Superrock-Klasse. Und gestern außer Konkurrenz, verantwortlich für die ganz besonderen Bilder bei seiner Streckenvorstellung. Wir fahren auf Stahlziel gerade. Das ist der kurze Gerade, eine engelche Schikade. War statt ein Ziel. Du musst sehr aufpassen, viel Schwung, was die Ecke raus mit holen. Jetzt geht's um den langen Gerade. Wir schwitzen die Schulgeschwindigkeit über 100 Kilometer pro Stunde. Hier sehr viel Schwung mitnehmen auf die Gerade. Aus der Hand an der Kurve raus. Hier wieder Schwung mitnehmen aus der Kurve für die nächste Vollgaschikane. Dann die nächste Spitzkehre auf Stahlziel. Sehr viel Schwung mitnehmen. 30 schwungvolle Sekunden auf dem Saarland.